Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Mexikaner. Der Mexikaner ist ein ursprünglich in Hamburg entstandener Schott aus Tomatensaft und Korn, quasi der kleine Bruder des Bloody Mary. Varianten mit Wodka, Gin und Tequila sind ebenfalls im Umlauf. In Berlin wird er zumeist in Tischfußballkneipen nach zu Nullspielen konsumiert. Für zwei bis sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1 Liter Tomatensaft, 0,5 Liter Sangrita, 0,7 Liter Korn, 2 bis 6 Zentiliter Tabasco, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Große Schüssel, Schneebesen. Zubereitung Zutaten in Topf geben und mischen. Schärfe abschmecken. Eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Verzehr ist in gekühlter Form, aber auch bei Zimmertemperatur möglich. Zum Transport oder Aufbewahrung einfach in die leeren Flaschen umfüllen. 0,7 Liter Wodka oder Gin oder Tequila, dafür Korn weglassen. 0,7 Liter Mischung aus obigen Alkoholika. Zubereitung 0,7 Liter Wodka oder Gin oder Tequila, dafür Korn weglassen. 0,7 Liter Mischung aus obigen Alkoholika. Diese Varianten gibt es. 0,7 Liter Wodka oder Gin oder Tequila, dafür Korn weglassen. 0,7 Liter Mischung aus obigen Alkoholika. 0,7 Liter Mischung aus obigen Alkoholika. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!